Ja Kollegen, wir haben gemeinsam entschieden, dass wir heute doch noch nach Essen fahren, um nochmal zu zeigen, dass wir mobilisierungsfähig sind, dass wir nicht resignieren, obwohl man vorhat, unser Stahlwerk dicht zu machen. Rufen wir euch auf, kommt alle um 13.30 Uhr hier an Tor 2, damit wir gemeinsam nach Essen fahren können und unsere Stärke demonstrieren können. Dankeschön.